Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Park von South Park und wir sind ja hier noch in dieser Forschungseinrichtung und sollten ja das Teil uns hier holen, das Aufnahmegerät. Mann, das secret-government-baser Raum ist sicher sehr komisch. Du denkst, dass das secret-government-baser Raum mehr cool ist. Dann kann man kurz die Sachen plündern. Und... Ah ne, da oben war ich ja schon, genau. Hat da noch irgendwas drin? Nö. Warte mal, kann man... Ah ne, wir haben Alien-Sonde. Da runter. Ist da noch irgendwas drin? Das würde mich immer interessieren. Ja, in der Tasche. Hihi. So, da ist dann auch nix mehr. Je, das ist ja fes. German-Nazis. Äh, Nazi-Zombies. Oh Gott. Das war kurz. Alter. Dann machen wir erstmal den da weg. Ich find das so geil mit diesem deutschen Akzent. Oh man. Wie, betäubt? Was macht betäubt? Alter. Äh, krass. Gehirne und Bürste für alle... Alter. Ernsthaft? Was war das denn jetzt? Okay, ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht sonst ausweichen kann. Das ist ja krass. Hände hoch! Komm, folgen die mir? Weil, das war jetzt eben grad richtig krass. Ne, anscheinend nicht. Oh Gott, hab ich noch irgendwie eine stärkere Waffe bekommen? Nö. Stopp, verdäubt. Oh man. Alarm! Okay, ah, wir können einfach so wegrennen. Alles klar, dann lassen wir die mir nicht einfach am lieben. Ich habe Butter den besten weinen Willi da oben. Alter. Das war's schon. Oh, da ist doch ein... Nee, krieg dich. Bestimmt krieg ich irgendwann noch was, das Feuer schmelzt. Oh, der Elternrat. Wo war der Elternrat? Teugungshaus. Okay, das ist der Schweinebär-Mahn. Großfittjahr. Nö. Wo muss die Schienen? Äh, Großfittjahr. Okay. Oh, Quest. Elternprobleme. Wo muss ich denn dafür hin? Ach, da unten hin. Gut, dann kann ich da hin. Aha! Ich hab's gefunden! Nur immigrische. Er soll Was ist das? Ist die Spilder. Ist alles hier hin. Sie haben nichts gesagt? Welches Art von Taco Bell wird es sein? Schhh! Okay! Wir müssen alles komplett umblieren, in einer 3 Block radius! Set die Anzeige unter dem Boden, um die Umgebung zu verbreiten und es alles zu verbreiten. Dann machen wir eine falsche Geschichte über einen Erdbegriff. Die werden nur 3 Blöcke abbrechen? Ich glaube, das sollte ich lieber... Piepen. Es ist nicht so einfach Taco Bell, die wir mit uns beschäftigen. Es ist die größte Taco Bell, die sich immer gebaut hat. Siehst du, seit der ganze Doritos-Locos-Tacos-Tagos-Tagos denkt, sie können was sie wollen. Nicht hier, nicht in unserer Stadt. Du hast gut gemacht, New Kid. Wir werden nicht Taco Bell gewinnen lassen. Ich nehme das Bild, das du jetzt mit dem PTA-Vorgang ihr wolltest. Schön! Ich werde es dir senden. Ich werde sehen, wie weitergeht. Das ist nicht so, wie du trinkst. Total fucking Bullshit. Ich fühle mich... die Rage. Ich mag, was du mit deinem Kaffee gemacht hast. Okay, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Okay, also versuchen wir es nochmal. Guck mal, jetzt habe ich so ein bisschen mehr. Ja, okay. Das sah schon mal besser aus. Was denkst du? Er ist ziemlich krass. Er ist ziemlich krass, oder? Ja. Okay, New Kid. Er ist Level 8. Das finde ich super. Kann ich nämlich meine... Sportausrüstung anziehen. Alles klar. Aufwertung. Fähigkeiten. Machen wir die nochmal für... Und ein Vorteil ist auch noch etwas über... Alter. Ich sag nicht, ist ja wichtig. Dich. Äh... Da, 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 da. Mhm. Alles klar. Wir schauen am Anfang ist gut. So, dann muss ich jetzt glaube ich zurück zu... Ah, okay. Okay. Jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder für die Menschen oder für die Elfen. Einfach mal Quest für... Sprich mir keine Ahnung. Ja. Ich glaube ich werde das machen. Ich glaube ich... Ich mag Kai eh vielmehr. Also... Werde ich zu Kai gehen. Auch wenn ich Batters ja nicht ganz gern mag, aber... Das wäre es jetzt nicht so der Grund. Also pfff. Gehen wir zu Kai. Kai. So. Da, da, da. Genau. Das wäre Schweinebärmann. Jimmys Haus. Irgendwo hier war doch Kai's Haus oder nicht? Kartmanns Haus. Wo war es denn? Kai's Haus normal. Meine Güte. Viertel. Okay. Gucken wir bei der Quest nochmal. Ich habe gerade schon wieder... Keine Ahnung. Nö. So da. So da ist Kai's Haus. Kartmanns Haus. Da ist Kai's Haus. Yay. Das ist hier gleich nebenan. Dieses böse Elfenkönigreich. Die sie ist hier ganz nah dran. Noch mehr Zombies. Ich glaube den möchte ich besiegen. Den möchte ich besiegen. Ach du. Don't starten mit uns. Nazi-Zombie-Kätzchen. Oh mein. Gott. Ernsthaft. Ach du lieber. Oh Mann ey. Alter. Krass. Krass ist kleine Kätzchen. Krass. Und den auch. Scheiße. Ich mag die Musik beim Kämpfen. Ach du lieber. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und. Bam. Bam. Und weg. Haha. Ja. Alles klar. Ja. Da war aber schnell noch zu geil. Und hier links. Ah ne. Hier ist das Spiel. Platz. Ups. Okay war das jetzt hier kalt. Ja. 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 Ich sehe deinen Vater. Der Goldi steht zu ihnen hin. Ja. 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 Machen wir das mal. Nicht so ganz hoch oder. Ja. Hahaha. New Kid. I'm sorry I ever doubted you. I make you a member of the drow elves of the forest. Yay. New Kid you have our friendship. I level you up to the rank of. Commander. Commander. Saftsack. Ha ha. Ha ha. My lord. My lord. We know where the humans are hiding the stick. What? Really? We just intercepted their messages on twitter. Ha. You shot down their message raven. Right right. We shot down their raven. And the evil wizard king has hidden the stick inside his desk. At school. Dude of course. Carpenter hid it in his desk. Drow elves of the forest. We know where the humans are hiding the stick. I knew Carpenter was cheating. We shall march on the school and make the hollies drip of their blood. Ha ha. Okay. Okay. Trinken wir die Schule in ihrem Blut. Wie sieht das anhört. Ich muss noch mal nach Kanada. Wo. Ha ha ha. Defenders of freedom. We thank you for your courage and joining our fight tonight. We are no longer hell sir gods tonight we fight as one. der Ex-Sachgabe aussehen so köln k durchgehen Was hab ich denn da für Klamotten an? Okay, aber ich möchte gerne... Die Swordrüstung finde ich irgendwie ziemlich cool. Weil die ist schon ziemlich ethisch. Wobei das Großteil des Krieges ist wahrscheinlich geil. Wollen wir den einen nicht anlegen. Ich hab da aber doch bestimmt noch... Habe ich nicht irgendwas, was die... Warte mal ändern... Da, da kommt der hin. Halt die Liste... Nee... Äh... Hab den... Welchen hatte ich denn da im drinnen gehört? Mann, ich weiß sie schon nicht schmiert... Den... Soll ich doch nochmal hier, den Hintereingang... Machen wir kurz hier nochmal ein bisschen was und dann ist der Part doch bald vorbei. Und... Hm... 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 Ah... Okay... Machen wir den Baden da mal... Alles klar... Und da ist mein Schimbuku. Achtung, Elf King! Das Gebäude wurde fortiert... Und die Armeen von Christus werden nie zufrieden. Sie werden alle in diesem Ort sterben. Okay... Okay, aber wie komm ich hier... Mann, das ist immer so fies, wenn man weiß, dass man da ran kann. Beziehungsweise, dass man... Dass da was ist... Oder ob man da irgendwie noch nicht so ran kommt. Und noch keinen Plan hat, wie man das machen soll. Na gut, wir machen hier nochmal ein bisschen weiter... Wow, was ein Mist! Die Menschen sind verrückte Appels in hier! Okay... Okay, okay, okay... Hm... Hm... Alter, was ist hier los? ... Das ist schon ziemlich genial... Und weg Krasse Sache Vor allem das mit dem erneut angreifen ist natürlich richtig geil Oh, ouch Ja, so hätte ich dann alle ausschalten können Ah, okay Aber gut, meine Freunde, das war's für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch eine Posi-Bewertung da Und wir sehen uns morgen wieder Ciao